So, dann fahren wir jetzt wieder zurück. So, dann fahren wir wieder zurück. Ich frage mich echt, ob man später noch neue Motoren bauen kann und sowas. Weil der Motor aktuell ist ein Standardvergasermotor. Oh, ein Rohrpasst. Oh, was die eben noch? Oh, was die eben noch? So. Cool. Ich weiß nicht, wie schnell ich fahre. So. Das mit dem Nebel ist ein bisschen blöd. Oh Gott. Hier wollte ich anhalten. Okay. 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 Hier ist auch wieder ein bisschen was. Das ist schon mal gut. Können wir das hier einsammeln? Ich glaube, dass wir jetzt eigentlich nach und nach davon auf jeden Fall gesund bekommen. schon genügend bekommen. Aber interessant wird's. Ja. 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 Oh cool. Oh Gott. Da unten ist das. Dann machen wir da eben die Tür auf. Oh Gott. Ah, ich glaube den letzten hole ich mich drei Stück reichen eigentlich aus. Aber da können wir gleich mal, wenn wir wieder zurück in der Bergstadt sind. Oh Gott. Die Macke reparieren. Oh Gott. Und in den nächsten rein. Jo. So. Auf geht's. Und ein weiteres Abenteuer. Hello there. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Müllperle. Was kann ich denn machen damit? Und wenn ich die hin... Und wenn ich die hin... So, das werde ich mal eben nachgucken. Pacific Drive... Müllperle. Ah. Okay. Nice. Okay. Genauso wie ich gedacht hatte. Da kommt... Da kommt ordentlich was raus. Okay. Bei. Wenn niemand davon erfährt, ist es auch kein internationaler Zwischenfall. Es gibt so viele Karnia, die auf der Welt, da bekommt niemand mit, wenn drei fehlen. Bei ist das fies. Uff! Okay. Das finde ich gut. Oh Gott, der ist wirklich undicht. Das finde ich gut. 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 Moment. Okay. 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 Also. Okay. 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 Die können wir noch reparieren lassen. Die können wir uns wiederholen. Nice. So, Rapparatur-Kette. Rapparatur-Kette. Ich hab ne Macke. Okay. You might have to hang behind these lines on the highway. Okay. Oh, oh, oh. Okay. Was für eine Macke habe ich denn? Was für eine Macke habe ich denn? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Was war doch eigentlich? Was war doch eigentlich? Was war eigentlich? Okay, ich steig da nicht durch, aber egal. Okay, dann produzieren wir mal eben eine Leiterplatte. Hallo? Okay. 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 Ich habe vier Macken, aber interessant. Okay. 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 Ich kann keine Macken mehr. Ja. Ja. Seitliche Fluglöchter. Okay. 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 Dann fahren wir mal dahin. Auf hier, auf hier und davon hier. Also wir wollen da oben hin. Hier wollen wir natürlich nicht hin, das Stadtzentrum, Wohngebiet. Dann nehmen wir einfach dichter Nebel, oder? Ja. 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 Das ist ja mal wirklich nervig. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020